Köln ist nach wie vor eine Stadt der Autos. Wir gehen den ersten Schritt und ändern das, indem wir einen Parkplatz in einen Platz verwandeln. Ja, ich mache bei dieser Aktion mit, weil ich große Angst vor dem habe, was kommt, wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu bremsen. Und ich möchte gerne versuchen, die Leute wach zu rütteln und denen zu zeigen, dass es wichtig ist, dass wir jetzt handeln. Und ich finde es cool, dass wir bei XR so bunte und kreative Aktionen machen, die dann gleichzeitig die Stadt noch verschönern und bunter machen und lebenswerter machen. Und ja, genau, deswegen mache ich mit. Auch in der aktuellen Lage ist es wichtig, aktiv zu sein. Aktiv zu sein, nicht nur gegen etwas zu sein, sondern auch was Neues zu schaffen, was Schönes zu schaffen und Platz der Natur zu geben und etwas Schönes zu geben. Und darum mache ich heute hier mit.